Die kleine Raupe Nimmersatt Ich sehe ein kleines weißes Ei. Das ist ein Schmetterlingsei. An einem schönen Sonntagmorgen schlüpft aus dem Schmetterlingsei eine kleine Raupe. Die Raupe hat Hunger. Sie möchte essen. Sie kriecht los. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel. Aber die Raupe hat noch immer Hunger. Sie ist noch nicht satt. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen. Aber sie war noch nicht satt. Sie wollte noch mehr essen. Am Mittwoch fraß sich die kleine Raupe durch drei Pflaumen. Am Donnerstag fraß die kleine Raupe eins, zwei, drei, vier Erdbeeren. Aber sie war noch nicht satt. Sie hatte noch immer Hunger. Am Freitag fraß sie sich durch fünf Orangen. Aber sie hatte immer noch Hunger. Am Samstag fraß die kleine Raupe ein Stück Schokolade. Ein Stück Schokolade, ein Eis, eine saure Gurke, ein Stück Käse, ein bisschen Wurst, einen Lolli, ein Stück Früchtebrot, noch ein Würstchen, ein Muffin und ein Stück Wassermelone. Oh je! Die Raupe hat zu viel gefressen. Jetzt hat sie Bauchweh. Am nächsten Tag, es war wieder ein Sonntag, fraß die kleine Raupe nur ein paar Löcher in ein grünes Blatt. Jetzt fühlte sie sich schon viel besser. Aber sie war nicht mehr klein. Die Raupe war jetzt sehr groß und dick. Sie baute sich ein kleines Haus, einen Kokon und blieb in dem Kokon drin. Nach ein paar Wochen schlüpfte sie aus dem Kokon. Und jetzt war sie ein wunderschöner Schmetterling. Und jetzt war sie ein neb, das war sie und das war sie. Und jetzt war sie ja auch mein Lieber. Und dann war sie ein kleines Gas.